Das ist sehr komisch. So Mädels, einmal, grüßt noch mal. Und dann habt ihr den Kinsel dann immer so sauber gemacht. Wir verarschen, dass es bekannt ist. Wollt ihr was da geföhnen? Kollege, ich rede doch gerade mit den Mädels und kläre das ab. Das ist schön, dass du das machst. Das macht bei manchen Sachen keinen Sinn. Und ich mache das schon eine ganze Weile. Ich weiß, dass man in der Öffentlichkeit filmen kann. Das geht ums Veröffentlichen. Wenn die auch nicht gefilmt haben wollen, dann darf man es auch nicht. Deswegen fragt man, warum in der Öffentlichkeit filmen. Das ist alles nicht Spaß. Ich bin doch gerade dabei. Ich weiß nicht ganz warum. Wir gaukeln ja auch nicht. Das stimmt so nicht. Sie können nicht jeden Touristen, der hier Fotos in der Stadt macht, vorher fragen, ob der hier Fotos in der Stadt macht. Das ist richtig. Aber das ging gut. Hallo Mädels. Das ging nur ein bisschen so weit, was Sie gerade machen. Das ist ein ganzes Leben. Ich weiß nicht nur. Ich weiß nicht nur, was Sie von der Öffentlichkeit macht. Säge ich mir in der Stadtmutzung? Säge ich mit dir nicht. Ich will nur noch mal noch ein bisschen anders. Ich weiß nicht.